Hallo und jetzt willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wo sind wir hier? Da könnte man ja denken, ist so ein bisschen retro-mäßig, ne? Ja, es ist jetzt endlich passiert. Ich hab einen neuen Account. Ich könnte mich jetzt natürlich rausreden und sagen, ja, das ist viel besser für Twitch und so, dann kann ich ja jetzt Abos annehmen und wir können auch im Stream gegeneinander spielen. Natürlich sind das wirklich Vorteile, aber ihr wisst es selber. Es liegt daran, dass ich nicht mehr gewinnen konnte auf dem anderen Account. Ich habe jetzt einen komplett neuen Account und ich will euch mal erzählen, was in den letzten Tagen abging. Ich habe mir in den letzten Tagen scheiße viele Gedanken gemacht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Leute, die im Stream mit dabei waren, haben gesehen, wie ich performt habe auf dem anderen Account. Es lief gar nichts mehr. Da konnte ich mein Non-Rare-Team nehmen, da konnte ich das Silber-Team nehmen. Es wurde nichts rausgerissen. Also, es ging überhaupt nicht. Da war es gestern so, dass ich so drei, vier Spiele, ne, vier Spiele waren es, glaube ich, habe ich auf dem Account gespielt in Liga 3. Ich habe alle verloren. Alle. Aber auch nicht irgendwie knapp oder so. Na gut, doch. Es war schon jetzt nicht irgendwie, dass ich 3-0 abgeschossen wurde. Es waren schon von Toren her knappe Spiele. Aber ich habe halt jedes Ding verloren. Und ich dachte, was ist hier los? Ich habe nichts an meinem Spielziel verändert. Ich spiele meine alten OP-Teams und trotzdem läuft überhaupt nichts. So, dann war heute der Morgen angebrochen. Wir hatten gestern, beziehungsweise heute für euch, hatte ich diesen Pusher-Squad-Bilder gemacht. Das Team lief noch viel beschissener. Also, Tevez da vorne zum Beispiel ist ja so eine Flitzpiepe. Der hat überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Vidal ist eigentlich ein geiler, aber im Mittelsturm dann vielleicht doch ein bisschen zu defensiv, weil er ist sehr oft richtig hinten im ZM, ZDM rumgerannt und war dann natürlich vorne nicht zu sehen. Gut, mit dem Team auch auf die Fresse bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, wir müssen da jetzt mal einen Test machen. Ich bin auf meinen verstaubten alten Main-Account zurückgewechselt. Das heißt, so ein Privat-Account, mit dem ich privat mit Kollegen gespielt habe und so. Der war nämlich noch in Liga 1. So, ich habe mir jetzt gedacht, Massif, packst du dir jetzt ganz normal das Premier-League-Non-Red-Team, habe ich mir schnell aufgebaut in dem Account und habe Liga 1 gespielt. Ich habe, glaube ich, 6 Spiele gemacht. Ich habe alle 6 Spiele gewonnen. Sorry, aber da glaube ich einfach nicht an den Zufall. Ich weiß, dass man natürlich mal absteigen kann oder sowas. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dieser Account, der war gebrandet. Das kann mir keiner erzählen. Ich habe wirklich nur auf die Fresse bekommen, in Liga 3, ich habe kein Spiel gewinnen können und dann wechsle ich auf den Haupt-Account, der übrigens, äh, der Haupt-Account, keine Ahnung, der hat vielleicht 50, 60, 70, 80, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, unter 100 Spielen noch, müsste es sein. Also er ist relativ frisch. Ich habe damit einmal ein bisschen Liga 1 hochgespielt und das war es, glaube ich. Mehr habe ich mit dem Account nicht gemacht und dann halt ab und an mal gegen den Kollegen gespielt. Aber das war es wirklich, was ich mit dem Account gemacht habe und dann Liga 1 gestartet, gespielt wie immer und wirklich, äh, ich weiß es gar nicht, ich glaube, 6 oder 7 Spiele gewonnen. Und ja, da habe ich mir gedacht, ne, definitiv neuer Account wird erstellt. Das habe ich jetzt gemacht. Es kann gut sein, dass ich jetzt hier auch wieder auf die Fresse bekomme. Aber ich habe mich dazu entschlossen, weil ich wollte ja zu FIFA 15 sowieso einen neuen Account machen, weil ihr wisst, es gab dieses Problem mit der Freundesliste. Das heißt, es war immer alles komplett überlastet. Ähm, ich konnte keine Freunde annehmen. Ich konnte selber keine Freunde hinzufügen. Ich habe auch keine Leute mehr gesehen. Das heißt, es hat mir überhaupt nichts gebracht, irgendwie Freunde in der Liste zu haben. Ich glaube, ich hatte 1200 oder so waren drinne. Und, oh, ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Das ist ja ein neuer Account. Da muss ich Verträge mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Deswegen machen wir auch übrigens hier ein kleines Pack-Opening, falls ihr euch gerade ein bisschen wundert. Ne, ich wollte euch nur sagen, warum. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe wirklich deswegen ne neuen Account jetzt schon erstellt, weil ich nur auf die Fresse bekommen habe. Bin ich ganz ehrlich. Äh, wie gesagt, es hat seine Vorteile, dass man halt in Twitch, jetzt kann ich einfach mal Leute annehmen, weil das ja jetzt wieder gehen sollte. Ich nehme auch vorerst hier überhaupt keinen an. Also, weil wenn ich jetzt schon wieder 500 Anfragen bekomme und die alle wieder annehme, dann haben wir hier wieder das gleiche Problem. Das heißt, ich werde hier ganz dosiert Leute annehmen, damit es dann halt auch wirklich beiden Seiten was bringt. Das heißt, dass ich dann auch gegen andere wirklich spielen kann, wenn ich die dann auch wirklich in meiner Freundesliste sehe. Äh, ja, die gekonnten werden meine PSN-ID sowieso rausfinden, weil die wird natürlich ab und an angezeigt. Aber, wie gesagt, ich werde erst mal wirklich nur, ja, sozusagen ganz strukturiert Leute annehmen. Sowieso nur mit PS Plus Button dahinter, weil, sorry an PS3-User, aber ich kann mit euch ja in der Liste nichts anfangen. Das heißt, es bringt mir nichts. Ihr könnt nicht gegen mich spielen. Ich kann noch nicht mal eure Teams sehen. Und aus diesem Grund bringt es mir nichts, PS3-Leute anzunehmen. Und ja, so viel erst mal dazu. Dann vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem Team. Ich habe mir gedacht, weil das ja jetzt so ein krasser Neuanfang ist, bauen wir mal unser allererstes Main-Team. Könnte natürlich problematisch werden, weil dieses Main-Team war auf der PS3 unser Haupt-Team. Und auf der PS3 ging ich damit auch ganz gut ab. Problem ist nur, dass ich auf der PS4 wiederum eigentlich nie damit klarkam. Also wir hatten es auf PS4, glaube ich, noch zwei oder sogar dreimal gebaut. Und ich kam nie so richtig mit klar. Allerdings, ja, ich weiß ja nicht. Ich hoffe wirklich, dass es nur am Account lag. Weil ich meine, es kann sich ja nicht innerhalb von irgendwie zwei Tagen alles ändern und ich muss, ja, kann auf einmal gar nichts mehr. Ich meine, an dem einen Tag sozusagen haben wir noch in der Liga 1 nur mit Stürmern gewonnen. Jetzt mal ein übertriebenes Beispiel. Aber wir hatten ja wirklich, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten die ersten vier oder ja doch, die ersten vier Seasons in Liga 1. Die erste habe ich mit einem Punkt gerade vor der Meisterschaft beendet. Die zweite wurden wir direkt Meister. Die dritte, glaube ich, wieder so einen Punkt vor der Meisterschaft und die vierte wieder Meister. Also, es lief eigentlich wunderbar. Wir hatten da mal ab und an ein, zwei Niederlagen drinne in der ganzen Saison, aber ansonsten fast nur Siege. Und dann ganz plötzlich abgestiegen sind wir ja erstmal nur durch die Stream-Fails. Das heißt, dass wir da halt nur mit Stürmern und nur mit Innenverteidigern und solchen Späßchen im Stream gespielt haben. Okay, habe ich auch verstanden. Erster Inform direkt hier auf dem Account. Sehr schön. Douglas, das ist eigentlich eine geile Sau. Ich habe ihn geliebt in FIFA 12, glaube ich. Müssten wir eigentlich mal spielen. Ich nehme den mal mit. Wo war er jetzt gerade? Ach so, genau. Dieser Abstieg war ja in Ordnung. Ich meine, damit hatte ich ja fast gerechnet dann. Und ja, da habe ich halt gedacht, joa, müsste ja dann relativ Flux wieder hochgehen. Das war aber nicht so. Dann fing die Phase an und ich habe nur auf den Sack bekommen. Und ja, ich muss jetzt mal gucken, wie wir das hier machen. Weil es ist natürlich ein bisschen low, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit Liga 10, Liga 9, Liga 8 spiele und sowas. Deswegen müsst ihr da mal Vorschläge machen. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht Pokal spielen und ich nebenbei irgendwie, immer wenn ich Zeit habe, mal hier immer mal eine Liga höher spiele. Das Problem ist nur, das könnte natürlich einen Ticken dauern. Aber ich bin wirklich ganz ehrlich, ich will nicht zurück auf den anderen Account. Ich habe da jetzt natürlich auch die Spieler, habe ich erst hier rüber geholt per Tauschangebot und habe die dann vertickt. Und aktuell ist glaube ich noch Vidal auf der Transferliste noch irgendwas. Vereinswert haben wir jetzt auch noch Ibrahimovic 4 Millionen, Lewandowski Team of the Season 3 Millionen, 7 Millionen. Also ich denke mal, wenn alles weg ist, haben wir wieder so 14, 15 Millionen oder so. Aber das Ding ist halt wirklich, wie machen wir das jetzt? Erstmal ganz gechillt vielleicht ein bisschen die Pokale spielen und wie gesagt, ich spiele nebenbei ein bisschen die Liga hoch. Oder wollen wir vielleicht sogar noch jetzt hier gegen Ende so eine Miniserie starten? Das habe ich mir nämlich gestern schon alles überlegt. Ich habe mir nur überlegt, wie sollte diese Serie aussehen? Ich meine, FIFA geht jetzt noch, äh, wann ist nochmal der Release? Ich glaube, der ist so am 25., oder? Vielleicht liege ich jetzt ganz falsch. Aber ich glaube, um den 20., also sagen wir mal, es ist noch knapp einen Monat, vier Wochen circa. Und ja, wie sieht denn das aus? Was könntet ihr euch denn vorstellen, was wir vielleicht mal so als kleine Serie machen können? Weil vielleicht können wir das ja nutzen, die Liga sozusagen, dass wir dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen Skill-mäßig oder sowas in Liga 1 hoch kommen, oder nicht hochkommen, wer weiß. dann würde ich das aber erstmal nicht Let's Skill-mäßig machen, das heißt, die Let's Skill war ja so aufgebaut, dass wir, ja, dass ich, beziehungsweise ich, die Skills immer von vorne erstmal erklärt habe und dass wir uns erstmal auf spezielle Skills spezialisiert haben. So wie das dann in FIFA 15 wahrscheinlich sein wird. Aber vielleicht, dass wir jetzt einfach so, ja, dass ich selber so ein bisschen lerne. Ich meine, ein paar Skills kann ich ja ausführen, also sogar relativ viele bin ich der Meinung. Ich kann sie wahrscheinlich nur nicht so ganz effektiv einsetzen und dass wir dann einfach mal mit ein bisschen schön spielen, Tiki-Taka plus ein bisschen Skillen irgendwie in Liga 1 hochkommen, das wäre natürlich dann so eine kleine Challenge, wo wir dann auch Liga 10, Liga 9 mit reinnehmen könnten. Das heißt, wenn ich jetzt Liga 10 spiele und ganz normal spiele, dann sage ich jetzt mal ganz nicht arrogant, aber ich glaube, das sollte dann relativ tutti laufen. Kann natürlich sein, dass du in Liga 10 auch einmal ein Spiel verlierst oder auch zwei, weil das Ding ist halt einfach, es gibt sehr viele Leute, die sich öfter mal neue Accounts machen, gibt es sogar sehr viele und da kannst du natürlich mal gegen einen spielen, der normalerweise Liga 1 spielt und da kannst du natürlich auch in Liga 10 mal verlieren, aber im Großen und Ganzen sollte es natürlich funktionieren, dass man da relativ flott aufsteigt und deswegen wäre das mit normalem Spiel wahrscheinlich relativ langweilig, deswegen vielleicht für jedes Spiel dann so eine kleine Challenge von euch, wie das genau aussieht, ist die Frage, vielleicht mal ein Spiel, wo es nur um Longshots geht, vielleicht mal ein Spiel, wo es darum geht, dass ich so und so eine Passgenauigkeit habe, dann vielleicht mal ein Spiel, wo es darum geht, nur Lobpässe zu machen, dann mal ein Spiel, wo ich nur Flanken machen muss, ein Spiel, wo ich nur mit Kombinationen durchkommen muss, halt dass das alles so ein bisschen, jedes Spiel einen eigenen Flair hat und eine eigene Aufgabe, das können wir dann wahrscheinlich in den oberen Ligen erstmal dann wieder an den Nagel hängen, da sollten wir uns dann vielleicht wieder dann auf normales Spiel erstmal konzentrieren, weil bringt ja nichts, wenn wir dann direkt wieder runterbuttern, aber allgemein will ich mal so ein bisschen eure Vorschläge hören, weil ich selber habe mir gestern Gedanken gemacht, aber so richtig auf einen Nenner bin ich nicht gekommen und jo, aber das Schöne daran ist auf jeden Fall, beim nächsten Stream werde ich auf jeden Fall den einen oder anderen aufnehmen, dieses Subscriber, den habe ich das auch versprochen, also die hier bei Twitch mich subscribed haben, die den schönen Nando-Mobs neben ihrem Namen haben, den habe ich sowieso versprochen, dass die in meine Liste kommen und das werde ich dann auch machen, das heißt die Jungs, die werde ich dann erstmal reinholen und wahrscheinlich werde ich gegen die dann auch mal Matches machen, wenn sie Bock haben, ansonsten müssen wir aber mal gucken, wie das dann genau laufen wird, den anderen Account werde ich nicht mehr nutzen, ich meine, das ist jetzt auch nicht nur wegen den, wegen meiner Sieges, äh, nicht Sieges, sondern Niederlagenserie, sondern ich habe es ja schon gesagt, ich wollte zu FIFA 15 sowieso einen neuen Account machen, ja gut, jetzt ist es einen Monat früher passiert, aber ab nächsten Monat wäre dieser Account eh tot gewesen, weil für mich ist er halt einfach tot, das ist das große Problem, ich kann mit dem Account nichts mehr anfangen, weil Sony, ja, meiner Meinung nach ist Sony schuld, dass, äh, so nicht getestet hat, ich glaube, die haben das einfach nicht getestet, bei der PS3 war es noch so, ich glaube, erstmal war ein Userlimit auf 100 und dann haben sie es, glaube ich, sogar einmal auf 200 noch aufgestockt, gestockt, ich glaube, so war das, aber bei der PS4, jo, da nimmt das ja gar kein Ende, jetzt sagen wir mal, da kannst du 2000 Leute aufnehmen, aber ich glaube, wie gesagt, die haben das nie getestet und, ja, sobald ich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, es hat schon über 500 Leute gereicht, da ging kaum noch was und es kann definitiv nicht an meiner Leitung liegen, weil die Leitung ist hier relativ in Ordnung und es liegt einfach daran, ich habe so viele Leute in der Liste, jetzt über 1000 und wenn jetzt davon nur 300 oder so online sind, dann muss die PS4 ja von den ganzen Leuten die Daten ziehen, das heißt, äh, bla bla, der und der spielt das und das, der und der spielt das und das, der und der hat gerade diese Trophäe gewonnen und dann ist es ja logisch, dass das so überlastet ist, dass dann einfach alles nur noch hängt und aus diesem Grund, wie gesagt, wird hier nur noch ganz dosiert aufgenommen, das ist ja auch nichts gegen euch, wenn das laufen würde, dann würde ich jeden einzelnen aufnehmen, hätte ich überhaupt keine Probleme mit, äh, warum auch, das wäre ja gar kein Ding, aber es bringt einfach nur Probleme, wenn ich alle annehme, Nachschub für meinen Verein, das sowieso und ja, aus diesem Grund müssen wir da mal gucken, wie ich das genau mache, ich denke mal, immer erstmal die Subscriber rein und jo, so, jetzt, äh, hier vielleicht das Trikot nochmal, ich glaube mal, ah ne, scheiße, wir haben schon ein dunkles, mhm, aber das sieht ehrlich gesagt sogar besser aus, als das von Kaiser Chiefs, na, ich lasse das erstmal raus, aber das kann ich mal mitnehmen hier, haben wir vielleicht noch ein weißes, ich bräuchte nochmal ein anderes weißes, achso, ja, hier, ich bin so gewohnt, die Non-Rare-Verträge abzustoßen, aber das sollte ich, wie gesagt, hier nicht machen und Heilungen sollte ich dann vielleicht auch mal mitnehmen, weil wir haben jetzt hier natürlich überhaupt nichts, ich habe auch mal auf dem Hauptaccount, ich würde sagen, ja, ich werde ab und an da wahrscheinlich mal ein paar Dinge verkaufen, das heißt jetzt gerade aktuell habe ich, glaube ich, 80 Team-Fitness-Karten auf der Liste, das heißt, ich gehe ab und an meine, in den Account und verticke ein paar Dinge und werde dann die Coins, die auf dem Account anfallen, ich denke mal, das werden auch über eine Million sein, ist zwar heutzutage nicht mehr viel, aber die werde ich dann ziemlich sicher an euch verlosen, keine Ahnung, ob es im Stream passiert oder über Facebook oder über YouTube, keine Ahnung, muss ich mal gucken, aber die werde ich dann ziemlich sicher verlosen und ja, so sieht das aktuell erstmal aus und ich bin mal gespannt, was ihr für Ideen raushaut, haut bitte wirklich Ideen raus, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich muss dann selber mal gucken, wie wir das machen, ich denke mal, als allererstes werde ich jetzt das nächste Gameplay, was kommt, ja, da werde ich wahrscheinlich einfach ganz normal eine Runde Pokal spielen, so ist das jetzt erstmal geplant, aber ich hätte schon Bock auf so eine kleine Vier-Wochen-Serie nochmal, jetzt hier sozusagen richtig zum Ende, da könnt ihr euch auch mal was einfallen lassen, vielleicht auch so eine Serie, wo es so ein bisschen um Ibra geht, ja, hört sich scheiße an, aber ich meine, es gibt ja bei eine Menge YouTuber, die sich irgendwie einen Spieler rauspicken und dann zum Beispiel immer verschiedene Teams umbauen, das heißt, da kann ich mir dann, wenn ich sowas in die Richtung mache, natürlich gleich wieder irgendwas anhören, dass das nachgemacht ist, was im Prinzip ja schwachsinnig ist, weil eigentlich alles, das Let's Play hat auch irgendwas Wann mal wäre angefangen, Let's Play Ultimate Team, dann wäre jetzt jeder Nachmacher von dem und dem und ich meine, es ist ja jetzt nicht so eine Kunst, sich auszudenken, mit einem Spieler, ja, da immer andere Teams drum rumzubauen, ich meine, manche nennen dann die Serie einfach anders, aber das ist ja dann immer noch dasselbe, müssen wir mal gucken, aber sowas mit so Ibra wäre schon ganz cool, müsste man nur gucken, wie man das halt, ja, sozusagen, aufbaut, diese Serie, aber ich hab da vollstes Vertrauen in euch und das Wichtige ist mir auch, haut nicht nur eure Idee raus, das ist mir natürlich auch wichtig, aber guckt euch bitte auch die anderen Vorschläge an, das heißt, lest andere Kommentare und wenn euch was davon auch zusagt, das heißt ja nicht, dass eures dadurch schlecht ist, aber dann lasst doch trotzdem noch einen Daumen nach oben da, auf diese anderen Vorschläge, weil das ist natürlich am besten, wenn ich zum Beispiel sehe, oh geil, das hat 50 Daumen nach oben, dann weiß ich, das wollen anscheinend schon ein paar Jungs sehen und dann kann man das natürlich machen, natürlich werden die Squad Builder dadurch nicht weniger, das heißt, wir werden nebenbei immer noch unsere Squad Builder machen und ja, so wie das halt immer läuft, aber trotzdem könnten wir ja im Haupt Let's Play noch eine kleine Serie mit einbauen, mit wir halt sozusagen das dann alles noch mal ein bisschen spannender machen, ich wäre jetzt auch am liebsten hier wieder direkt in Liga 1, ich meine, da könnten wir ganz normal wieder unsere Liga 1 Spiele machen, aber das geht natürlich nicht, da brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit, bis wir wieder da oben sind und wenn wir überhaupt den, das könnte man so als kleines Ziel aufsetzen, bis FIFA 15 müsste ich noch mal in Liga 1 kommen, ei, 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 ne, also prinzipiell, na, das sind ja schon ein paar Spiele, ne, das sind schon ein paar Spiele, das könnte echt ganz schön eng werden, aber naja, wie gesagt, ihr lasst euch da schon was einfallen und dann schauen wir mal, ich denke mal, ich werde hier auf dem Account noch das Silberteam jetzt wieder zurückkaufen, das heißt, mit dem Aki und mit dem Reset, dazu werde ich wahrscheinlich noch das Non-Rare-Team wieder aufbauen, wahrscheinlich werde ich erstmal nur das Silberteam wieder aufbauen, ich aktiviere jetzt einfach mal das, das sieht zwar jetzt auch nicht so toll aus, aber scheiß drauf, aktiviere mal einfach mal ein bisschen gelb hier und ja, das Silberteam werde ich jetzt als erstes mal wieder aufbauen, ansonsten, ihr habt es ja schon gesehen, den Lewandowski Team of the Season, den hatte ich eigentlich nur gekauft, weil ich hatte auf dem anderen Account ja noch fast genau 3 Millionen und Lewandowski hat halt fast genau 3 Millionen gekostet, also habe ich den gekauft und rübergetauscht und ich habe da aber natürlich schon noch ein bisschen nachgedacht, ich habe mir nämlich gedacht, mit dem Lewandowski könnten wir dann natürlich auch das Dortmund-Team machen, normalerweise wollte ich den Lewandowski ja nicht ins Dortmund-Team machen, weil er ist halt jetzt Spieler von Bayern München und normalerweise ja nicht mehr bei Dortmund, aber ich glaube, wir können das jetzt nochmal irgendwann die Tage schnell machen und vielleicht können wir auch nochmal ein Teamchen machen mit Zlatan und Lewandowski zusammen in der Doppelspitze, müssen wir mal gucken, vielleicht 4-4-2 oder so, wäre natürlich möglich, aber da habe ich mir jetzt noch nicht so ganz viele Gedanken drüber gemacht. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie ich mit dem Team jetzt erstmal spiele, wie gesagt, auf PS4 habe ich mit diesem Team eher auf die Fresse bekommen, also es lief eher nicht so gut, aber naja, gehen wir jetzt erstmal vom Besten aus und dann wird die Sache schon passen. So, jetzt hier noch ein paar Kerlchen mitgenommen, ah, da wäre jetzt natürlich nochmal ein komplett weißes Trikot, ah, wir behalten erstmal das Gelbe kommen, aber das Weiße können wir hier nochmal mitnehmen. Das Wappen sieht da oben ja ganz witzig aus, aber ich glaube, ich hole mir wieder mein Seepferdchen, müssen wir mal schauen. So, jetzt hier nochmal zwei oder drei Packs und dann habt ihr die kleine Ankündigung mit Pack Opening mitbekommen und bitte haut was in die Kommentare, ich kann mir bestimmt auch Geflamer anhören, dass ich eine Pussy bin und weil ich einen neuen Account gemacht habe, ich habe echt alles probiert, das zu verhindern und weil ich wollte natürlich bis FIFA 15 eigentlich noch auf dem Account bleiben, aber dieser kleine Test dann mit meinem normalen Privat-Account, der hat mich dann echt zum Grübeln gebracht beziehungsweise der hat mich dann eigentlich fast sofort zu dem Entschluss gebracht, ja, zu wechseln auf einen neuen Account. Naja, so ist das halt. So, jetzt wie gesagt, ich glaube noch, ah, komm, ziehen wir noch zwei Packs, dieses Pack und danach noch eins und dann sind wir durch und dann bin ich mal gespannt, was ihr so in die Kommentare haut. Gucken mal, Video sieht noch synchron aus, müssen wir mal aufpassen, weil ich bin nebenbei noch am Rendern und da habe ich immer ein bisschen Schiss, dass sich die Aufnahme so ein bisschen aufhängt, das kann schon mal passieren, aber sieht mir alles noch ganz zutti aus. So, Spielerverträge, Fitness, alles mit hier. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen was über den weiteren Tagesverlauf. Heute Morgen kam der Squad Builder, dann heute Mittag dieses Video, 18 Uhr Last of Us, 20 Uhr PT, PT ist übrigens die vorletzte Episode, aber ich glaube, ich bringe heute Abend sogar zweimal PT. Ich glaube, ich bringe um 20 Uhr PT und um 22 Uhr PT, dann ist nämlich PT rum und das wiederum heißt, ab morgen müsste Outlast Whistleblower losgehen. Ja, ich glaube, so mache ich es. Ansonsten, so, letztes Pack jetzt. Wer ist das dann gewesen? Dann kommen heute fünf Videos. Ja, ich glaube, dann kommen heute fünf Videos. Die letzten Tage habe ich ab und an auch mal nur drei gebracht, deswegen kann ich so mal wieder ein bisschen aufholen auf meinen, ja, irgendwie ist dieser vier Videos pro Tag Rhythmus ja ein bisschen Standard geworden. Irgendwie jedenfalls. So, das nehmen wir nochmal mit hier und jo, jetzt können wir die ganze Sache abstoßen und dann würde ich sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt noch im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.